ja servus was play johnny hd servus und vielen dank für dein follow das probieren was haben wir haben wir genügend der teil ist irgendwie buggy oder das server jetzt habe ich halt mal trotzdem diamant rein vielleicht geht es ja doch natürlich nicht aber eigentlich müsste der das wasser war auch irgendwie komisch nein das ist halt das fließt nicht irgendwas ist das wasser fließt nicht hier ich hole hier blöcke wasser aus meinem teich und entweder der server ist ein bisschen komisch ich befürchte dass es wirklich geht nicht in der größe ist natürlich schade ja das ist das ist das ist doof dann würde ich eigentlich doch gern irgendwo anders hin machen glaube ich so wenn es nicht direkt neben das portal wollte es schaut irgendwie dann auf ich aus wenn es dann wenn es dann nur so das ist halt auch echt nicht in der mitte das mag ich nicht mag ich nicht aber vielleicht kann man ja hierhin machen hier so dann kann man den weg machen wir das so sie sind direkt aus meter portal machen dass man auch rein fällt mir auf die andere seite halt passt schon einmal ja nicht auf beiden seiten rausgeworfen wird ne wird man nicht du vielleicht nicht mit deinen komischen ich komme immer hier in der mitte raus wenn wir wäre noch genügend platz gewesen das wäre schon alles gut die pflanzen mit dann kriegt ja doch vielleicht hin unterschiedliche und schaut das auch besser aus so ist sie jetzt ich jetzt gar nicht weiß ob man an rand auch ich müsste das noch blumen haben hier waren doch mehr oder was ach jetzt habe ich natürlich den emerald hatte ich gar nicht ausprobiert war vielleicht doch ein emerald sonst war doch dann nix man wirft den einfach rein das habe ich nie verfolgt ja genau zack da haben wir es sehr gut weil ein total okay was hast du jetzt reingeschmissen ja ein diamant also ganz ganz easy ja schauen wir mal jetzt würde die welt erst mal generieren das server wieder der hat es ein bisschen zu tun aber das macht nichts der hatte ja noch nicht wirklich viel zu tun die ganzen welten haben wir auf dem alten server generiert da musste jetzt auch mal ein bisschen ja da bist du auch eingesprungen gleich oder was ja super connection times out aber das habe ich beim letzten mal auch da ich kurz raus geflogen bin und dann war ich wieder drin wobei wir in season 1 direkt bei dem naga rausgekommen sind bin ich mal gespannt wo wir jetzt rauskommen also direkt so okay jetzt ja jetzt jetzt immer da und dann direkt so den nager vor vorm gesicht internal server error da haben wir jetzt kaputt gemacht oder ja hier ja weiß ich was du noch gebaut hast ich habe das portal gebaut das macht da nichts kaputt ich habe versuchte kiste zu öffnen ja das ist schon am limit wer weiß was das für eine kiste war wolle dann schau ich mal kurz auf die server konsum ja ich bin ja gestartet aber du bist wieder drin darf nur ich nicht mehr rein vielleicht ich hoffe jetzt nur dass ich das spiel nicht neu starten muss ja schaut gut aus so ja hier sieht es auch ja ich bin in meinem nein da hat mich irgendwas hat mich hat auf mich geworfen geschossen aber ich glaube wir sind hier diesmal ist das die das ist nicht jetzt die höhle oder von es ist also irgendwas trifft mich da und ich sehe es nicht das ist jetzt aber hier noch nicht die höhle mit dem mit dem mehrere wurde mit mehreren köpfen drinnen ist oder oder doch natürlich auch geil du kennst leute ja nein das ist halt so ein großes aber irgendwann ach das ist hier ach mal irgendwie kommen wir direkt in dem gebiet raus wo man irgendwie schaden erleidet oder wenn ich jetzt hier rüber gehen aber nicht nicht wirklich schaden aber hier regnet es auch viel blöd ja gut da muss man halt dann da ist jetzt glaube ich kann das gerade irgendwie so ein viehchen wird aus dem himmel gefallen und unglücklich auf dem baum aufgeprallt ach so arbeit soll ich oder warst du das habe ich dich davon noch nicht gesehen gehabt hier ich bin nicht da nein ich rede hier mit dem blog hier ist super die anderen wölfe wie das aber ich wollte das portal hier noch mal ganz kurz die vier habe ich auch gern gesammelt unter lampen diese feier fleiß wobei ich will auch noch das geht auch mit blatt magic und das ist ganz cool da gibt es ein siegel mit dem kannst du praktisch so lichtpunkte setzen die strahlen dann wie eine lampe aber man sieht es ja eigentlich nicht man sieht dann nur so ganz kleinen punkt dann dort die finde ich auch ganz nett ja gleich zu euch hier zumindest so genau so gefällt mir das jetzt kann man nämlich hier dann das hier oder ein bisschen weg machen dann gehen wir hier praktisch raus dann kommt hier gravel und denkt man kann man schon mal erde setzen naja gut und weiter darf dann gar nicht nämlich die blumen ist ja was weg machen als bestimmtes portal dann haben wir es noch ein bisschen gravel und dann können wir das hier aber ich könnte mal gucken wie viele ob das konkret jetzt schon fertig ist oder 48 stück hat er gemacht das ist das ist wobei ich sehe grad ich habe gerade jetzt weiß ich welche blöcke daran gesetzt hat kommen wir erst mal dass man das gravel hin genau da macht man da vielleicht 100 clay wobei eigentlich dann er die noch weg und in weiß weiß den clay ist schon so ein weißes ding davon wenn man lieber hat nicht gleich immer einen mit dann schauen wir mal ich hatte es echt das server ist abgestürzt vorhin weil du auch irgendwie hier fehler gekriegt hast das wäre ja nicht so schön hatte wohl ein bisschen mehr zu tun dann kannst du mal anschauen mit einem mit einer neuen erde da die es da unten hast wie das wie schnell das daran wächst ja das ist schon blinzig jedes portal zu klein die anderen sind so groß ach so wasser ja können wir jetzt auch mal gucken aha ok server hat sich hier wieder erholt habe ich die eimer eigentlich noch kann man noch mal testen hier mit dem wasser ja aber irgendwie so richtig gut ist das hier nicht kann ich hier dann auch stehen ich glaube schon naja also irgendwas hat der server auf jeden fall wenn ich wasser abbaue ich probiere das mal woanders dann fließt die nicht nach wer da fließt danach okay das sind nur der tümpel hier oben irgendwie der ist irgendwie komisch was da drin ist ja ja aus der freunde gesagt aber mehr der tümpel auch der auch das ist komisch das ist nicht gut die brücke war eigentlich auch noch nicht so wirklich fertig na die wollten wir eigentlich ja auch noch so ein bisschen weitermachen vor allem schwarzen was halt drin ach so ja 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 wobei es ist schaut halt wahrscheinlich blöd aus weil das müsste ich dann mit drei dingern machen und ich habe jetzt gar nicht gesehen nur hax just javil oder javi vielen dank für deinen verloren weil hier so auf einspurig rennen ist natürlich wobei es geht wenn es eine längere strecke aber die namen haben sich schon wieder irgendwie nach dem bot an naja gut du kriegst aber auch nicht alle namen mehr naja gut du kriegst aber auch nicht alle namen mehr oh gott ähm aport ne aport darwin 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 aport wahrscheinlich hm wie alle namen ja ich sag nur drogelbecher ja gut ja gut die namen die da haben gilt äh ja sind halt dann ja aber manche namen hören sich halt auch irgendwie an als wäre einfach mit so mit der stirn auf die tastatur hm da weiß ich halt dann nicht warum tut man immer leid wenn das dann wirklich einer ist ich habe aha ach so stimmt das ist das buch ähm znaasho vielen dank für den follow ähm notes on the highlands das ist glaube ich hier das das buch für ähm dingens hier ne damage by acid ähm barry barry 04 vielen dank für den follow da habe ich wieder ein neues buch das ist ja schön kann ich hier reinsteigen aber es gab doch dann auch wo war denn das dieser dieser achievements genau minecraft industrial club ah ja stimmt blood magic da wollte ich mich einmal so ein bisschen durchhangeln todes mc oh das ist ja wenigstens mein name den man lesen kann sehr gut vielen dank für deinen follow und willkommen im stream ähm er schaut hier noch sehr übersichtlich aus interessanterweise aber ich habe doch schon alles möglich gemacht was was ist denn das dann für zeug ich infinite water hm da muss ich mal gucken ok botanian ja da ist natürlich noch gar nichts das ist auch klar twilight forest genau portal haben wir arrival haben wir und jetzt geht es dann los the boots ah stimmt da muss man erst diese boots noch machen mit ich diese ganzen mhm 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 mhm